Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Super, jetzt würde ich ihm wissen, dass er zwischen euch und mir hinkriegt. Und so geht der Prokirche. Du kannst gehen. Ihr glaubt gar nicht, das ist so geil. Mikrokopter fliegen. Nein, warte, warte. Aber ich kann nicht beides. Hört auf, hör auf zu filmen. Pass auf, das müsst ihr auch unbedingt mal erleben. Oh nein, das müsst ihr echt mal erlebt haben. Mikrokopter fliegen ist saugeil. Vor allen Dingen die Typen, die sind auch total... Oh nein, habe ich es jetzt falsch gemacht? Ne, okay, jetzt habe ich ihn wieder. Das macht Spaß, das müsst ihr unbedingt gemacht haben. Genial. Ja. Oh, der Baum. War alles nur Spaß. Aber ich durfte Mikrokopter fliegen und es macht so einen Spaß. Aber denkt dran, eins ist die größte Gefahr. Wenn man anfängt sich zu überschätzen und denkt man hat es im Griff. Besser nicht, also zwei, dreimal nachdenken. Da kommt er wieder. Also, ciao, ciao, ich muss noch ein bisschen. Dann bis zum nächsten Mal, oder? Vielen Dank.